Du musst dir vorstellen, wir haben gestern bei einem Kollegen im Talk-Op und zum Glück hat er uns darauf hingewiesen, dass er verpissst ist! Er kann auch gerne Clips machen. Alles gut, alles eins nach dem anderen, wie man das Geld hat. Bei dir geht's noch, es gibt schon Leute da, da ist das Schlimm auch. Barbara, wie war das mit dem Creeper? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ich kann. Wieso ist mein Haus kaputt? Creeper! Nein, doch, Alter! Hey, yo, yo, yo. Hey. Was? Hey. Hi, Weltwurde. Oh, no, man! Oh, no, man! Hey, hey, hey. als ob der Würfel mich abfüllt ha 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 der Würfel abge... das müssen wir mal bündlich vorstellen, weil der Kopf auch immer von mir aufhalt äh scheiße ähm ja äh Alter, wir sind hier nicht auf einer Hochzeit was haben Sie gesagt? das war einfach viel zu lang, ich hab Termine ich bin ne Businesswoman, Alter Ohne Witz was hat sie gesagt? Bitchwoman? ja, wenn sie äh hat sie Bitchwoman gesagt? was hat sie gesagt? ja, aber das geht jetzt nicht anders das geht jetzt anders ha 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 Knauze was ha 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 wie gesagt, äh leider sind keine zwei Personen gleichzeitig äh richtig die Frau kriegt einen Einsprung, die muss los spüren machen Sie mal weiter bitte das haben wir jetzt in Ihn geschaden als Backodarstie dabei zu machen ha 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 du 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 je Elite Kann man das ja umfirmen dann? Ich hatte gerade einen Fakt. Die Fakt-Gräder haben früher auch so komische Geräusche. Am schlimmsten war, wenn man die falsche Nummer gerufen hat. Oh Mann. Ich habe neue Berufung gewonnen. Das ist sekundär. Probier das mal aus. Möchte jemand von euch Zuckers Stängel polieren? Herr Lassenstein. Oder Käpt'n Lassenstein. Haben Sie Lust? Einmal an den Stängel zu polieren. Warten Sie mal. Haben wir den Herrn Michael Hub als Lappen hier? Nee, ne? Moment. Moment. Kaputt poliert. Ich hätte dir auch ein Lappen gegeben. So ist es nicht. Aber vielleicht habt ihr in der Werkstatt noch ein bisschen Flutzi. Aber was haben wir? Flutzi. Und Flutzi. Ja, irgendwo dahinten in der Werkstatt. Okay, wo haben wir stehen geblieben? Das ist noch nicht. Nee, aber Nachwuchs kriegen sie. Was? Bist du dir denn sicher? Ja, hat sie gesagt. Weil in unserem PD ist die Frau Reich offiziell bei den Chiefs mit einem Kollegen zusammen. Ach, der Herr Lassenstein sitzt sich wieder ins Fettnäppchen rein. Mir ist das doch egal. Ich habe beide. Äh, ja. Gut zu wissen. Ja. So müsst ihr wissen. Ich habe mich nur ein bisschen gewundert. Die haben mich gewundert sagt gerade. Okay. Lustige Dramen in dieser Stadt. Uwe, wir waren bei Mo zuhaube. Wir waren bei Mo zuhaube. Wir waren bei Mo zuhaube. Ich glaube, ich brauche Sauerstoff. Du musst dir jetzt nicht peinlich sein. Das ist wirklich peinlich. Äh, wie der da ist. Uhu. Kann die schon mal anfangen, das Feld zu bearbeiten? Und wenn du willst, kannst du den Stein, sag mal. Uhu. Der Anneke. Der ist durch Zahra sicher. Dieses gelbe Auto, wenn ich es nochmal sehe. Dieses Pferdchen rauf und runter. Ich spitze es weg. Ja, das sind diese Postler. Das sind diese Postler. Das sage ich dir. Komm schon. Das sind alles Moni-Autos. Bei mir heißen Post-Autos immer nur noch Moni-Autos. Ben, wie geht's, wie steht's. Was treibt's Schönes. Wie kann dieses Auto so stabil sein? Das ist das Multiding, wo ich auch mal auffülle. Ja. Das ist eigentlich ganz praktisch. Oh, 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 oh. Ich hab's gekriegt, ich hab's gekriegt. Ihr sollt nichts kaputt machen, ihr Spacken. Ihr sollt arbeiten. Wieso hast du dich ausgefahren gehabt? Hast du gesehen? Ich hab dich ausgefahren. Ja, guten Tag. Hier, äh, ein Insasse von P.D. Man hat gesagt, der Notruf funktioniert noch. Äh, ich hätte gerne eine Pizza Calzone, eine Pizza Hawaii. Ähm, und ganz viel Eingau. Ja, das wird's noch gerne, ich will gerade noch ein kleiner Misur haben. Ja, an meinem Handy steht Pizzadepartment. Wie weißt du denn sonst, P.D.? P.D. Ex mit extra Käse. Scheiße, haben sie eine Nummer vom Express-Service, aber da geht wieder der Notruf nicht. Scheiße. Ah, das freu ich nochmal an halt. Warte, es hat noch was dabei. Aus der Wechsel. Tops, Tops. Kann er mit dich? Herrlich. Na gut, doch herrlich. Bitte begeben Sie sich wieder in den abgesperrten Bereich. Ja, wie denn bitte? Wie denn, Junge? Du, hast du Augen im Kopf? Hallo. Machst du jemanden auf, Tops, Tops? Oder Ihre Haftmaßnahme... Hallo, ich binpannt. Na gut, ich bin gespannt. Aus der Wechsel. Ich bin 00 sick. Wie denn, ich bin dritte Hem suit. Ja mal, ich bin divertido. Auf dem undert sick. Ich bin gehört aber etwasügender. Und auf dem dann catastrophat. Du entsprecheier mir